Seid gegrüßt in Kapitel 43, ich heiße euch recht herzlich willkommen. Lydias Seelenschiff hatte noch nicht abgelegt. Das Jahr 2005 war noch nicht vollumfänglich erschrieben. Hinter ihrem Sonnenbrillenschleier sah sie die Wahrheit. Ich sehe, ich sehe, für wahr, für wahr. Anmut mit A wie Aura. Zumal ein bestimmter Mensch dich empfinge, Glückseligkeit sie dir erbringe, Für sie vom Dufte der Verführung ich singe. Vorläufig fuhr der Zug ab, schlich auf Schienen. Die Stimme ist im Rauche verklungen, Gemeinsam um Antworten gerungen. Ihr Gehirn abstrahierte jedweden Schritt äußerst genau. Es ereilte dich, ein intensiver Blick. Vollkommen, diese Frau, ein seelischer Kick. Ein Wegpfad worden sein geebnet gar. Emotionen mit nicht...